Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten heute sehr früh den Vlog. Ich habe gerade ein Video gedreht, deswegen sitze ich noch hier und wollte dieses Video starten. Ich habe wieder einiges geplant. Wir sind zum einen zum Tierarzt, zusammen mit der Bella. Die Bella ist im Moment ein bisschen angeschlagen. Also ich habe das Gefühl, sie hat Schmerzen. Müssen wir mal schauen und sie muss geimpft werden. Ja, das steht an, ansonsten muss ich noch einkaufen gehen und wir kochen auch wieder eine Runde gemeinsam. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Bella hat total Angst, zittert total. Schaut mal da. Gibst du der Bella ein Leckerli, Lilian? Gib ihr mal ein Leckerli. Hä, wo gehst du denn mit dem Leckerli hin? Hallo? Schaut mal die Bella. So, die Bella. Da. So ist fein. So ist fein. Hast du gut gemacht, Schatz, ne? Bella hat Angst. Noch eins? Bella hat so Angst. Hast du Angst für die Bella? Hat sie sie Bella? Nicht für den Liedem. Boah, das stinkt so. So, gibst du mir der Bella? Du willst gehen, ne, Bella? Du hast keine Lust? So, meine Lieben, ich bin wieder zurück. Ich habe die Bella jetzt einmal hier nach Hause gefahren. Ich sage euch gleich, was die Tierärztin gesagt hat. Ich muss jetzt allerdings noch kurz zur Post Pakete wegbringen, unter anderem Verlosungspakete. Für Snap. Und ich wollte ja noch einkaufen. Ich zeige euch dann, was ich gekauft habe. Also zur Bella. Sie hat jetzt zum einen eine Wurmkur bekommen. Die bekommt sie alle drei Monate. Dann ist sie geimpft worden. Und leider hat sich das Ganze bestätigt, was ich vermutet habe. Also sie hat tatsächlich Schmerzen in der Pfote gehabt. Also sie hat da die ganze Zeit geleckt vorne. Und dann habe ich mir schon gedacht, vielleicht ist da ein Pilz oder so zwischen den Fußballen. Aber die Tierärztin hat mir erklärt, dass sie hier oben eben Schmerzen hat im Gelenk, dass es Arthrose werden kann. Und sie muss zum einen mindestens drei Kilo abnehmen. Da bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll, dass die Bella abnimmt. Natürlich vielleicht mit dem Futter, logischerweise. Aber es ist halt auch so, dass jetzt hier im Winter die Bewegung natürlich ein Stück weit zu kurz gekommen ist. Das ist halt einfach so. Wir gehen zwar schon viel mit der Bella raus, aber es ist natürlich nicht so wie im Sommer. Das muss sich ändern. Allerdings darf sie nicht rennen im Moment. Und sie sollte zwar mehrere Spaziergänge machen, aber dafür kurze. Ja, und Bella hatte wieder total viel Angst beim Tierarzt. Also sie geht da überhaupt nicht gerne hin, obwohl unsere Tierärztin so, so lieb ist. Gibt sich immer unglaublich viel Mühe. Und was hat sie noch gesagt? Genau, dass ich das Futter, also dass ich mir da Gedanken machen könnte, ob ich das Futter ändere. Sie hat mir da so eine bestimmte Marke aufgeschrieben. Und da muss ich mal schauen. Also da hat sie mir auch alles erklärt. Sie hat sich so viel Zeit genommen. Und was habe ich bezahlt? Knapp 70 Euro, genau, für diesen Tierarztbesuch. Also Haustiere, ja, sind natürlich auch mit Geld verbunden, gar keine Frage. Aber das weiß man ja, wenn man sich ein Haustier anschafft. So, okay, also ich gehe jetzt wie gesagt zur Post und einkaufen und dann sehen wir uns später wieder. Yay, jetzt kommt gerade mega schön die Sonne raus. Wir werden dann auf jeden Fall noch eine Runde rausgehen. Oh mein Gott, ich liebe es. Der Frühling kommt, ich verspreche es euch. Ich wollte euch einmal ganz kurz diesen wunderschönen Blumenstrauß hier zeigen. Nein, ich hatte weder Geburtstag noch Hochzeitstag, Namenstag gar nichts. Den habe ich von meiner Freundin gestern Abend bekommen. Wie wunderschön ist der bitte? Ich war gestern tatsächlich sprachlos. Und das kommt nicht so oft vor, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Oh mein Gott, der ist einfach wunderschön. Ich halte den sowas von in Ehren. Ich habe ja eigentlich nicht so wirklich den grünen Daumen, aber ich gebe mir Mühe. Ansonsten ist hier noch ein Paketchen für den Liam angekommen und ich habe mir die Sachen schon angeschaut. Ich weiß, dass ihr auf solche Sachen steht und ich nutze das Ganze jetzt hier mal als kleine Inspiration für euch. Das ist keine bezahlte Produktplatzierung, aber ich zeige es euch wirklich von Herzen gerne. Denn das ist von einem Online-Shop aus Berlin und der verdient definitiv ganz viel Aufmerksamkeit. Die nähen nämlich alles selbst, also ein Handmade-Online-Shop. Ihr könnt euch die Stoffe aussuchen, alles ganz individuell so gestalten, wie ihr das gerne hättet. Ihr müsst einfach nur euren Wunsch eben äußern und dann fertigen die euch das an. Und euer Kind hat quasi, ja, ein wunderschönes Teil, mit dem nicht unbedingt jedes zweite Kind dann rumläuft. Und vor allen Dingen, was super, super praktisch ist, dass die ganzen Sachen mitwachsen. Also das heißt, hier seht ihr das, ich habe das Bündchen umgeschlagen und wenn der Liam dann wächst, mache ich das dann eben so runter. Und dann habe ich ganz, ganz viel und ganz lang meine Freude daran. Und ich zeige euch mal die anderen Schätze. Schaut euch mal bitte diese Hose an. Oh mein Gott, ich flippe aus. Die ist so, so schön hier mit dem Igel und dem Fuchs. Die Farbe ist einfach genial. Und hier wächst das Ganze eben auch wieder mit. Ansonsten habe ich hier zum Beispiel noch ein Halstuch. Auch hier mit dem Stoff könnte man zum Beispiel auch eine Leggings nähen lassen oder ein Oberteil, ein Strampler. Je nachdem, was euch eben gefällt. Hier voll süß. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich freue mich so, so sehr, weil die Sachen echt schön sind. Und wir haben ja schon einiges von Fuchs und Kiwi. Ich bin auch von der Qualität her so begeistert. Der Stoff ist ultra weich. Und hier schaut mal, wie praktisch dann eben zum Wickeln. Und ja, es ist einfach total süß hier zum Beispiel mit dem Esel. Ansonsten jetzt hier passend zum Osterfest ein Halstuch. Total gollig hier mit den Hasen drauf. Und hier das Oberteil ist zum Beispiel auch mega, mega süß. Auch die Farben und die Muster. Ja, also ich bin echt begeistert. Das wächst jetzt auch zum Beispiel wieder mit. Und hier diese Leggings. Oh mein Gott, ich raste aus. Echt sorry. Aber ich bin so begeistert. Und ich bekomme dafür kein Geld. Also das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Ich möchte es euch einfach nur zeigen und euch inspirieren. Vielleicht ist ja was dabei für eure Mäuse. Schaut euch mal bitte diese Jogginghose hier an. Richtig süß. Und dann zu guter Letzt noch ein wunderschöner Strampler. Hier auch wieder mit diesem Stoff. Richtig, richtig süß. Und wächst natürlich auch wieder mit in diesem Mint. Gefällt mir eben auch sehr, sehr gut. Also falls es euch interessiert, schaut gerne mal bei Fuchs und Kiwi vorbei. Ganz unverbindlich könnt ihr euch ja mal die Internetseite anschauen. Und dann könnt ihr einfach entscheiden, ob das auch was für euch wäre. Dann zeige ich euch ganz kurz, was ich gekauft habe. Einmal frische Eier, Kartoffeln, Tomaten, Spätzle. Die brate ich dann noch an. Goulash. Das gibt es eben heute Mittag für die Jungs. Dann wollte ich das mal ausprobieren. Grießklößchen. Habe ich noch nie gekauft. Dann frische Himbeeren. Kiri Kiri liebt der die im Übrigen. Karotten, Bananen, Frischkäse. Salat darf natürlich auch nie fehlen. Und dann habe ich jetzt hier noch Blätterteig. Da möchte ich nämlich auch noch was zaubern. Und hier habe ich noch was Süßes. Und mein Brokkoli fehlt noch. Wo ist der Brokkoli hingekommen? Ich glaube, den habe ich im Auto vergessen. Upsi. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Er hat sich versteckt. Der war schon hier oben. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe den nämlich eigentlich hochgetragen. So, okay. Also dann verräume ich das jetzt alles und koche eine Runde. Also ich habe jetzt das ganze Gemüse klein geschnitten. Karotten, Kartoffeln, Brokkoli. Ich habe noch Lauch mit rein. Das Ganze lösche ich dann jetzt gleich ab. Hier mit Kokosmilch. Ich werde irgendwie was Thailändisches machen. Mal gucken. Ich habe jetzt hier auch noch Kurkuma vorbereitet. Dann gibt es Gemüse. Spätzle. Hier mit dem Gulasch. Und für uns gibt es Reis dazu. Diesen hier. Der ist richtig schrecklich. Ich habe es euch auf Instagram schon erzählt. Aber ich muss ihn ja jetzt auch irgendwie aufbrauchen. Aber den würde ich nie wieder nachkaufen. Hat richtig schrecklich geschmeckt, als ich den das erste Mal gemacht habe. Gut. Ich mache jetzt einfach das Beste draus. War ja klar. Okay. Ich brauche noch meine andere Hand dazu. Unser Essen ist ready. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt hier noch einen Paprikasalat gemacht. Einfach Paprika klein geschnitten. Frische Petersilie rein. Balsamico, Olivenöl und Salz. So. Und jetzt packe ich das hier auf den Reis. Das habe ich schon abgeschmeckt hier. Schmeckt richtig gut. Und ich hoffe, dass der Reis dazu jetzt auch schmeckt. So. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Dann zeige ich euch noch das Gulasch. Das dauert noch einen Moment. Und bis später. Und hier ist das Gulasch für die Jungs. So sieht es jetzt aus. Und das Gemüse ist auch gleich fertig. Meine lieben, neuer Tag, neues Glück. Warum stehe ich so komisch da und halt meine Haare so nach hinten? Ja, weil ich gerade vom Friseur komme und euch nicht sofort das Ergebnis zeigen wollte. Aber ja, ich zeige es euch jetzt. Es ist wieder ein ganzes Stück abgekommen. Der absolute Wahnsinn. Schaut mal, wie mutig ich war. Mir gefällt es total gut. Auch die Farbe gefällt mir gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Mal schauen, ob ich das dann auch so hinbekomme. Wahrscheinlich nicht. Wer kennt es? So nach dem Friseur sehen die Haare immer total schön aus. Und wenn man sie sich dann selbst frisieren muss, sehen sie aus wie, ja, als hätte man in die Steckdose gefasst. So, ich wollte mich jetzt noch einmal ganz kurz bei euch melden, beziehungsweise euch jetzt nochmal so hier ein bisschen mitnehmen. Liams neuer Autokindersitz ist angekommen. Den wollte ich euch auch noch zeigen. Und da drüben ist der Max, der irgendwelche Grimassen macht. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass er mir jetzt ein bisschen hilft mit dem Autositz, denn ich hasse es, Gebrauchsanleitungen durchzulesen. Wem geht es genau so? Hände hoch. Also ich bin da ganz vorne mit dabei. Ich mache es dann lieber so und bring mir das dann so bei, wenn ihr versteht, was ich meine. So, der Max schüttelt mit dem Kopf. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Autositz an und wir sehen uns auch gleich wieder. Und da ist er. Ich packe den mal aus. So könnt ihr den ja gar nicht gut erkennen. Und zwar nennt er sich so. Ja, ihr könnt es gut erkennen. Und das zeige ich euch jetzt auch, wie es aussieht. Beziehungsweise ich montiere den mal im Auto und zeige euch dann das Ergebnis gut eingepackt. So, das ist hier noch die Station. So sieht das Ganze aus. Oh mein Gott, ist der schön. Ah, ich freue mich. So, es ist auch mal ein bisschen windig heute. Frisur sitzt nicht. Warte mal, ich muss nach die Isofix-Station. Erste Aushacken-Hilfe. So. Also, jetzt. Jetzt gehe ich mal da hin. So. Also meine Lieben, es war super einfach, diesen Autokindersitz hier zu montieren. Hat wunderbar funktioniert. Da vorne sitzt so ein Teil der Gebrauchsanleitung, beziehungsweise hier hinten drin, da ist so ein Fach. Da ist eben die komplette Gebrauchsanleitung drin. Die werde ich mir definitiv natürlich noch ordentlich durchlesen. Aber es ist wirklich definitiv alles selbsterklärend. Auch hier unten mit dieser Basisstation. Hier war noch dieses Teilchen unten mit drin. Das habe ich raus. Es kommt eben darauf an, wie schwer euer Kind ist, beziehungsweise wie groß. Hier ist noch so ein Seitenaufprallschutz. Man kann den Sitz auch drehen. Und ja, ich finde den sehr, sehr praktisch. Das war ja auch ein Testsieger. Ich habe mich wirklich lang damit beschäftigt. Viel damit beschäftigt. Viel dazu durchgelesen. Und letztendlich ist es jetzt dieser hier geworden. Den haben wir jetzt von Jolly Room. Die haben ganz viele verschiedene. Also packe ich euch gerne mal den Link unten in die Infobox, falls ihr euch das nochmal ein bisschen genauer anschauen möchtet. Und euch auch noch so unsicher seid, wie ich es jetzt die ganze Zeit war. Also ich bin wirklich bisher sehr zufrieden. Dieses Teil hier kann man auch verschieben. Also diese Nackenstütze, Kopfstütze, wie auch immer man das nennt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da ganz viele verschiedene Stufen. Hier war jetzt auch noch dieser Adapter mit dabei. Und ja, wirklich alles total easy. Liam gefällt es. Er hat ja hier hinten noch seinen Spiegel. Und dann passt das alles. Ja, wie gesagt, einfach mal unten in der Infobox vorbeischauen, falls ihr auch noch einen Autositz sucht für eure Mäuse. So, meine Lieben, wir haben es jetzt schon wieder ein paar Tage später und ich bin richtig fertig mit meinen Nerven. Ich wollte euch dieses Paketchen hier aber trotz allem zeigen, weil ich finde das jetzt genau für jetzt sehr passend. Wir sollen ja alle zu Hause bleiben und nicht rausgehen. Und hier sind ganz viele Spiele für die Kinder. Und zwar hat Hasbro eine Aktion zu Ostern. Und zwar ist es eben genau diese Box mit diesen Spielen. Ich werde versuchen, euch das Ganze mal unten in der Infobox zu verlinken. Nein, das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Ihr wisst, wie sehr meine Kinder Gesellschaftsspiele spielen, lieben. Und ja, ich habe halt jetzt hier gedacht, dass es vielleicht auch ganz passend für euch sein könnte. Hier sind jetzt auch noch so ein paar Sachen für meine Patenkinder mit dabei. Was ich super interessant und sehr schön für die Kinder finde, ist dieses Teilchen hier. Und zwar legt dieses Huhn tatsächlich Eier. Ja, ich bin sehr gespannt. Eigentlich wäre das auch was Witziges für den Max. Der ist ja immer für den Spaß zu haben. Und mittlerweile komme ich wirklich nur über die Runden mit solchen Gedanken einfach auch mal was Lustiges zu sagen. Beziehungsweise an was Lustiges zu denken, was mir sehr schwer fällt. Aber es wird euch mit Sicherheit genauso gehen. Es geht um meine Mama. Ihr wisst ja, sie ist leider ganz alleine. Aber wir versuchen natürlich das Allerbeste draus zu machen. So, Spiel des Lebens haben wir auch in der großen Variante. Ist aber allerdings auch schon ziemlich runtergeranzt. Sagen wir es mal so. Weil wir das auch schon viele Jahre haben. Und deshalb bin ich jetzt sehr dankbar über das neue Spiel. Also wie gesagt, Gesellschaftsspiele spielen ist jetzt angesagt. Hier sind auch noch so ein paar Eier, eben passend zu Ostern. Und wie gesagt, vielleicht ist diese Hasbro-Aktion ja auch was für euch. Die haben übrigens auch eine tolle Recycling-Aktion mit alten Spielsachen. Die kann man zurückschicken. Da bekommt man Etikett zugeschickt. Dann sollte man so viele Spielsachen wie möglich, die man eben eh wegwerfen würde, ja in den Karton packen. Wegen dem Porto eben. Also ihr müsst es nicht bezahlen, aber Nachhaltigkeit und so. Und die machen dann zum Beispiel Gartenmöbel. Aus den Spielsachen. Also die produzieren quasi ein Material. Und daraus wird dann wieder was anderes. Und das finde ich richtig, richtig gut. Auch das kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. So meine Lieben, ich wollte mich nochmal kurz bei euch melden. Und zwar, ja, wo fange ich an? Also es herrscht eine globale Krise. Das haben wir jetzt mittlerweile hoffentlich alle verstanden. Wir können nicht mehr arbeiten gehen, logischerweise. So wie viele andere auch nicht. Deshalb ist mein Mann zu Hause. Wir versuchen uns jetzt hier zu organisieren. Wir machen jetzt einfach viel im Garten und gehen auf gar keinen Fall raus. und pflegen nicht soziale Kontakte. Und das verstehen auch viele immer noch nicht. Aber, ja, ich wollte mich jetzt einfach nochmal melden. Ich glaube, so zusammengestückelt war noch kein Blog von mir. Ja, soviel zum Thema soziale Kontakte. Hier sind ganz viele Kinder auf der Straße, die eigentlich zu Hause sein sollten. Vielleicht im Garten höchstens. Aber, ja, also, ich habe es gerade gesagt. Das ist total zusammengewürfelt, dieser Blog. Ich bin natürlich total durch diese ganzen Ereignisse mitgenommen, so wie viele andere auch. Natürlich auch mit diesen ganzen Nachrichten aus Italien. Wartet mal, ich gehe mal da hin. So, vielleicht ist es jetzt hier so ein bisschen besser. Und ich möchte wirklich nochmal appellieren an alle. Bleibt zu Hause, außer natürlich die, die arbeiten gehen müssen, logischerweise. Und ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Pflegekräften, Ärzten und alle, die uns hier tatkräftig im Einzelhandel unterstützen und so fleißig für uns tagtäglich eben zur Arbeit gehen. Aber, wie gesagt, vor allen Dingen natürlich und in erster Linie allen Ärzten und alle, die unser Gesundheitssystem hier aufrechterhalten. Jo, wir müssen jetzt mal schauen, wie es weitergeht, auch mit dem Vloggen. Ich meine, ja, wir sind, wie gesagt, nur zu Hause. Ich habe viel vor. Ich möchte viel umsortieren, ausräumen. Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall wird es nicht langweilig hier zu Hause. Und, ja, mal gucken. Also, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall nur das Beste. Bleibt mir bitte alle gesund, bleibt zu Hause und dann wird definitiv alles gut. Tutto andra bene, sagt man in Italien. Also, macht's gut und bis bald. Ja, resta. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.